AEK Lahnacker ist ein zyprischer Sportverein aus Lahnacker. Der 1994 aus der Fusion von EPA und Pesoporikos entstandene Verein ist vor allem für seine Fußball-, Volleyball- und Basketballmannschaften bekannt. Geschichte Für die Basketballmannschaft AEK Lahnacker gründete sich 1930 unter dem Namen EPA Lahnacker. Nach Beendigung der Unterbrechung des Sportbetriebs aufgrund des Zweiten Weltkriegs 1944 gehörte die Fußballmannschaft zu den dominierenden Mannschaften Zyperns. Bereits in der Auftaktsaison nach der Kriegsunterbrechung gewann sie das Dabel aus Landesmeisterschaft und Pokal, das sie im folgenden Jahr verteidigte. Zunächst blieb der Klub weiterhin im vorderen Ligabereich, wurde jedoch von Vereinen wie APOEL Nicosia, Anortosis Pharma Agusta oder AEL Limasol von der Tabellenspitze verdrängt. Zudem entwickelte sich mit Pesoporikos Lahnacker ein Ortsrivale, der ebenfalls um die Meisterschaft mitspielte. 1950, 1953 und 1955 fügte AEK Lahnacker weitere Trophäen der Titelsammlung hinzu, als der Klub jeweils erneut den zyprischen Pokal gewann, während Pesoporikos Lahnacker 1954 den Meistertitel holte. Lange Zeit spielten EPA und Pesoporikos mit wechselndem Erfolg in der ersten zyprischen Liga, ohne weitere Titel gewinnen zu können. 1970 lieferten sich die Ortsrivalen mit Omonia Nicosia einen Dreikampf um die Meisterschaft. Letztlich entschied das bessere Torverhältnis bei den punktgleichen Rivalen zugunsten von EPA. Im Europapokal der Landesmeister 1971 traf die Mannschaft in der ersten Runde auf den deutschen Vertreter Borussia Mönchengladbach und schied nach einer 0 zu 6 Heim und einer 0 Uhr 10 Auswärtsniederlage aus. Als Meister spielte der Klub in der griechischen Alpha Etniki, aus der er ebenfalls direkt wieder abstieg. In derselben Saison siegte Pesoporikos zyprischen Pokalwettbewerb und qualifizierte sich damit auch für den Europapokal der Pokalsieger 1970-71. Dort trotze der Klub zwar Cardiff City im Hinspiel ein 0 zu 0 ab, verlor jedoch das Rückspiel in Cardiff mit 0 zu 8. Während sich mit Alki Lanacker in den folgenden Jahren ein weiterer Lokalrivale in den Vordergrund spielte, rutschten EPA und Pesoporikos ins Mittelfeld der Liga ab. Als Pokalfinalist 1973 gegen Meister APOEL Nicosia erreichte Pesoporikos II erneut den Europapokal. Gegen den schwedischen Klub Malmö FF blieb die Mannschaft in beiden Spielen erneut torlos und kassierte elf Gegentore. Ende der 1970er kehrte Pesoporikos als mehrfacher Tabellendritter abermals aufs europäische Parkett zurück, blieb im UEFA-Pokal aber weiterhin chancenlos. Während EPA sich weiterhin im mittleren Tabellenbereich platzierte, kehrte Pesoporikos Ende der 1980er ins Meisterschaftsrennen zurück. Mit nur einer Saison-Niederlage distanzierte die Mannschaft 1988 APOEL Nicosia um einen Punkt und gewann den Meistertitel. Gegen den späteren Viertelfinalisten IFK Göteborg scheiterte der Klub bereits in der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister 1988-89 still. 1994 schlossen sich EPA und Pesoporikos zusammen und bildeten den AEK Lahnacker. Nach einer durchwachsenen ersten Spielzeit setzte sich der Klub im vorderen Mittelfeld der Liga fest. 1996 erreichte der Fusionsverein das Pokalfinale, das jedoch gegen den Meister APOEL Nicosia nach Verlängerung verloren ging. Damit war der Klub im Europapokal der Pokalsieger 1996-97 still vertreten, wo er die Qualifikationsrunde gegen den armenischen Klub Kotaik Abovian erfolgreich überstand. Nach einer 0-2-Auswärts-Niederlage und einem 0-0-Remy im Rückspiel gegen den FC Barcelona jedoch abermals in der ersten Runde ausschied. Mit Beginn des neuen Jahrtausends rutschte der Klub in der Tabelle etwas ab. Gewann jedoch durch einen 2-1-Endspiel-Erfolg über AEL Limassol erneut den Landespokal. Bei einer erneuten Finalteilnahme später zog er gegen APOEL Nicosia den kürzeren. 2008 erreichte AEK mit dem vierten Tabellenrang die Meisterschaftszentrunde, in der mit zwei Punkten Rückstand auf Omonia Nicosia der letzte Platz belegt und somit die erneute Qualifikation für den Europapokal verpasst wurde. Dem Erfolg folgte der Absturz. Die folgende Spielzeit beendete der Klub auf einem Abstiegsplatz. Die erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte beendete die Mannschaft auf dem zweiten Platz und setzte sich anschließend in der Aufstiegsrunde durch. Die Frauenvorliebermannschaft spielte lange Zeit erst klassisch. 1995 und 2001 erreichte sie jeweils das Pokalfinale, verließ die Halle jedoch als Verlierer. 2007 holte sie das Dabel aus Meisterschaft und Landespokal.